Hallo und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder auf dem gleichen Acker unterwegs wie das letzte Video. Ich blende es euch hier oben mal ein. Mein Sonderjahr hat ja gestartet, auch wenn einen Monat später, aber immerhin. Ich habe angefangen. Wetter spielte ja nicht mit, habe ich euch ja gesagt. Ich mache jetzt den zweiten Teil hier. Hier werden bestimmt noch einige Teile kommen, weil das Feld ist groß. Also hier kann man noch einiges finden und so absuchen. Also wirklich eine große Fläche. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal meine Ausrüstung parat und die gleiche wie sonst auch. Zweite Spule ist da, habe ich euch aber auch verlinkt. Lädt zu Hause gerade. Ich mache alles fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim ersten Signal. So Leute, hier haben wir das erste Signal für heute. Hört sich vom Klang her gut an. Heute ist ein 70er Signal. Also Leitwert ist 70. Haben wir draußen. Heute ist es sehr lehmig. Aber das gehört halt dazu. Oh, was haben wir hier? Ah, sieht nach Patronenhülse aus. Schauen wir mal. Sieht noch relativ gut erhalten aus. Ja, Bodenstempel kann ich jetzt leider nicht erkennen. Sollte ich den erkennen, blende ich euch den auf alle Fälle ein. Ja, so wie immer. So, hier haben wir direkt das nächste Signal. Vom Klang her würde ich sagen, nicht ganz so berauschend. Aber zum Lernen natürlich schauen wir uns das mal an. Ist klar. muss zwischendurch immer mal wieder gut zuhören. Da haben wir es. Ja, wie gesagt, meine zweite Spule ist auch heute gekommen. Die sind wir jetzt gerade am Laden. Was haben wir denn hier? Ah, wie ich schon am Ton erkennen konnte, nichts Gutes. Scheint einfach nur ein Stück Metall zu sein. Gewindestab oder einfach nur aus Vollmaterial. Na ja, schade. Aber wie gesagt, nur so lernt man es. Ich will hoffen, dass die GoPro wieder ihre Arbeit macht mit dem Windschutz. Weil heute ist es echt wieder windig. Der Boden hier ist heute die Hölle. Also hier liegt auch wieder irgendwas, was nicht so gut reinkommt. Hört ihr das vom Ton her. Hier kommt wieder was Gutes rein. Ein schönes, knackiges Tönchen mit 76. Das gucken wir uns natürlich mal an. Oh, ich kann es schon sehen. Guckt euch das mal an. Ich glaube, es ist eine Münze. Guckt euch das an. Hier steckt sie drin. Oh ne, ist keine Münze. Ist keine Münze. Ist ein Knopf. Der ist sogar noch... Der ist sogar noch intakt. Aber ich hole euch den mal nah. Leider nichts drauf zu erkennen. Mal gucken. Das freut mich auch jetzt. Mal gucken, ob ich nach der Reinigung was erkennen kann. Flach. Ohne Muster. Hier seht ihr, ist sogar noch die Öse dran zum Vernähen. Sehr schön. Einen intakten Knopf. Ich glaube, es ist mein erster Knopf, der noch intakt ist. Nicht schlecht. Da freue ich mich drüber. Mal gucken, was ich darüber hinausfinden kann. Der kommt natürlich ins Coin-Pad. Das habe ich natürlich dabei. Und das ist auch frisch, sauber und leer. So. Und dann würde ich sagen... Oh, hier ist noch was. Ich wollte gerade schon sagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten. Aber hier ist noch ein Signal. Auch ein 70er. Da. Haben wir draußen. Ja, hier das Feld macht echt Freude. Weil hier findet man doch schon einige Sachen. Das ist ja eh immer Glückssache. Da. Na, wo ist es? Hier ist es. Auch noch ein Knopf. Diesmal ein Gewölbter. Oh, sehr schön. Würde ich aber jetzt eher darauf wetten, dass das kein alter Knopf ist. Da würde ich schon eher sagen, der ist etwas neumodischer. Was meint ihr? Ich zeige euch den mal. Zwei Knöpfe auf einer Stelle. Nicht schlecht. Da ist es. Der ist ein bisschen gewölbt. Und der scheint auch nicht mehr intakt zu sein. So. Jetzt ist der Fokus da. Der ist unten auf alle Fälle abgebrochen. Schade. Mach ich aber auch mal sauber. Und dann denke ich mal, werden wir mehr darüber erfahren. Aber immerhin. Zwei Knöpfe. Münzen wäre natürlich schöner. Aber ich bin auch mit zwei schönen Knöpfen natürlich sehr zufrieden. Läuft ja wieder gut. Ich gehe auf alle Fälle hier die Seite mal komplett lang. Mal gucken, was sich hier noch findet. Ich würde sagen, bis gleich. Hier, das hört sich sehr gut an. Das wäre jetzt so ein Signal. Das würde ich auf alle Fälle mal graben. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ah, kommt nicht mehr ganz so stark rein. Aber vielleicht kriegen wir es ja. Wo ist denn mein Grabungsmesser? Ich wollte gerade sagen, habe ich das verloren? Hier ist es doch. Ich glaube, da haben wir es schon. Ja, deswegen kam das auch nicht mehr so sauber rein. Ein Stück Metall. Schade, schade. Aber macht trotzdem Spaß. Auch das bereitet mir Freude, den ganzen Müll natürlich mitzunehmen. Und das läppert sich. Also hier haben wir ein 90er Signal. Hier bin ich schon drüber gelaufen. Wahnsinn. Ein schönes 89er Signal. Leute, wie das hier aussieht. Wahnsinn. Oh, was ist das denn? Ja, jetzt bin ich auch mal gespannt. Was soll das denn sein? Wow. Eine Glocke. Oh, ich glaube, die habe ich mit dem Spaten erwischt. Jo. Ja, sehr schön. Ist ja Wahnsinn. Das ist sogar noch alles dran. Die muss ja aus Messing sein, oder? Steht hier irgendwas drauf? Ich glaube, die ist aber nicht ganz so alt, oder? Doch, hier steht was drauf. Eine Eins. Eine Eins. Ich kann das gar nicht richtig halten. Boah, das freut mich aber jetzt. Ist ja, ist ja super. Muss ich euch auf alle Fälle mal näher zeigen. So. Schaut euch mal diese Glocke an. Die scheint auch noch intakt zu sein. Und hier muss irgendwo eine Eins drauf sein. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das was Altes ist. Oder wie alt die ist. Aber freut mich trotzdem. Vielleicht ist die ja auch noch aus Messing. Dann hat die auf alle Fälle ordentlich Gewicht. Nehmen wir mit. Freut mich. Sehr schön. Ja, hier kommt. Ah doch, jetzt kommt es doch sauber rein. Ich wollte gerade sagen, nicht so sauber. Aber es ist ein 83er, 84er Signal. Kommt relativ sauber und klar rein. Oh ja, doch. Schön knackig. Muss man auf alle Fälle graben. Wollte ich gerade sagen, habe ich wieder was gefunden da? Ne, doch nicht. So, dann schauen wir mal nach. Oh, ich sehe es. Ich sehe es. Es ist groß. Es ist vom Durchmesser groß und rund. Wahnsinn. Was soll das denn sein? Eine Münze? Die ist aber dünn. Guckt euch mal die Größe an. Was die für eine Verfärbung hat. Sehr schön. Ich kann nur absolut gar nichts drauf erkennen. Die ist so dünn. Oder? Ne. Ich hole euch die mal nahe. Die muss ich euch zeigen. Das freut mich aber. Sehr schön. Das macht doch Spaß. Guckt euch mal die Größe an. Aber sehr dünn. Und ich kann nichts drauf erkennen. Vielleicht doch ein Knopf. Werde ich euch natürlich einblenden. Mach ich sauber. Vorsichtig zu Hause. Aber ich denke mal wird es schwer. Ich glaube die ist nicht mehr zu retten. Aber trotzdem. Freut mich. Sehr schön. Werden wir auf alle Fälle ins Coinpad packen. Klar. Sehr sehr schön. Guckt euch mal die Größe an. Passt die überhaupt hier rein? Ah doch. Passt. Ja freut mich. Da würde ich sagen. Da würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten. Hier kommt ein schönes knackiges 87er rein. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Jawohl. Da haben wir es draußen. Hart läuft doch gut. Wow. Eine Münze. Eine Münze. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was soll denn das sein? Hä? Da bin ich auch jetzt mal neugierig. Gold? Was goldenes? Eine goldmünze wird es nicht sein. Aber was soll das sein? Was soll das sein? Ah. Da haben wir es. Es sind 50 Cent. Also 50 Cent der Euro. Keine Ahnung was hinten drauf ist. Aber vorne steht eindeutig 50 Cent drauf. Ja immerhin. Was hatte ich beim letzten Mal? 5 Cent? 2 Cent? Ah egal. 55 Cent bis jetzt. Weil es so weiter geht. Werde ich hier noch reich. Packen wir auch mal ins Coin-Pad. 50 Cent. Sind nicht mehr ganz so gut erhalten. Keine gute Währung. Naja. Ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten. Hier haben wir unser erstes Doppelsignal oder viel mehr Doppelton für heute. Ein 70er. Da bin ich natürlich jetzt mal gespannt. Ist immer noch ein 70er Doppelton? Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Hier soll es drin sein. Oh wow. Ja Wahnsinn. Hoffentlich eine Münze und kein Knopf. Auf. Jawohl. Es ist eine Münze. Und eine große. Aber was ist es? Hier unten steht glaube ich eine 2 drauf. Ja. Es ist eine 2. 2. Muss ich mit der Zahnbürste machen. Die Handschuhe sind so versaut. Ah. Ich glaube ich weiß was es ist. Bundesrepublik Deutschland. Und ein Kopf ist da drauf. Den kenne ich noch. Das ist doch hundertprozentig ein 2 Mark Stück. Jawohl. 2 Mark. Sehr schön. Mal gucken ob wir die nochmal retten können. 2 Mark. 2 Deutsche Mark. Sehr schön. Von 1969. Wenn ich richtig lesen. Man kann es nicht ganz so gut erkennen. Aber 1969 müsste es sein. Muss ich euch einblenden. Das ist auf alle Fälle ein schöner Fund. So. Da sind sie. Den Kopf kenne ich noch von früher. Da könnt ihr sehen. Der Adler. Mit 2 unten. Mal gucken wie wir die wieder sauber kriegen. Und ob die dann wieder einigermaßen schön wird. Oder vielleicht kriegen wir sie ja auch perfekt hin. Schauen wir mal. Sehr schön. Das freut mich. 2 schöne Mark. Nicht ganz so alt. Aber. Immerhin. Also mich freut das sehr. Packen wir mit ins Coinpad. Oh. Das Coinpad füllt sich so langsam wieder. 2 Knöpfe. Ja. Ob das eine Münze ist. Weiß ich nicht. Ich würde mal sagen 3 Münzen. wobei der Euro ja eine neuwertige Münze ist. Hier haben wir auch wieder so einen Doppelton. Aber nicht ganz so sauber. Mit einem Leitwert von 70. Das guck ich mir an. Da ist es. Da ist es. So. Schauen wir mal. Ne. Das ist es. Der dicke Klumpen hier. wieder nur ein Stück Metall. Schade. 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 Aber. Läppert sich wieder. Auch der Müll. Hier haben wir wieder. Ein sehr schönes 78er. Sehr knackig. Ich würde jetzt sagen. So wie das reinkommt. Das ist wieder. Kaliber 50. Na. Wo soll es denn sein. Nein. Muss ich nochmal drüber schwenken. Haben wir es schon draußen? Ja. Wir haben es draußen. Warum sagt das denn keiner? Ich würde sagen. Projektil. Kaliber 50. Oder. Auch nicht schlecht. Wo ist denn der Knopf? Ich sehe gar nichts mehr. So voll. Lebend ist das Ganze. Eine große. Öse. Aus Metall. Davon haben wir ja schon mal zwei hier gefunden. Liegt auch reichlich. Glaube ich aber nicht, dass das so alt ist. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Ich schwenke aber nochmal drüber. Ja. Das war es. Oder? Ne. Oh. Was haben wir denn hier? Ein knackiges 96er. 94er. 96er. Ich würde sagen. Mein letztes Signal. Jawoll. Das hört sich doch gut an. Mein letztes Signal. Dann ist meine kleine Runde für heute vorbei. Na? Hä? Was ist das denn hier? Ah ne. Es ist nur ein Stock gewesen. Aber weiß verfärbt. Ich habe zuerst gedacht, wir hätten Alu gefunden. Wo ist es denn? Hier drin? Wow. Eine Münze. Eine Münze, Leute. Ich werde bekloppt. Da die so hoch reingekommen ist, müsste das Alu gewesen sein. Eine Alu-Münze. Oh ja. Da muss ich meine Zahnbürste wieder für haben. Na komm her. Mit dem Handschuh kriegt man leider nichts sauber. Aber? Extra weiche Zahnbürste. Oh ja. Schön. Mit dem Hakenkreuz drauf. Also wie gesagt, aus geschichtlichen Gründen zeige ich das. Ansonsten hat das keinen Hintergrund. Aber ich freue mich natürlich solche Sachen zu finden. Weil das ein Teil der Geschichte ist von damals. Oh, die sehen aber auch noch gut aus. 50 Pfennig. Die Rückseite nicht mehr ganz so gut. Aber davon habe ich schon mal welche gefunden. 19. 1944. 1946. Kann ich nicht erkennen. Muss ich zu Hause sauber machen. Die hole ich euch auch nochmal nach. Ja, Wahnsinn. Die sind schön. Da freue ich mich immer drüber. So. So. Fokus. Da. Also 19,4 und die hintere Zahl kann man leider nicht erkennen. Also ich zumindest nicht. Ich mache die mal sauber. Und dann würde ich sagen, werden wir da mehr drüber erfahren. Ich blende euch das wie immer oben ein. Das kriege ich hin. Sehr schön. Ja. Ich würde sagen, das war mein letztes Signal. Damit höre ich auf. Da zeige ich euch gleich wieder meine Ausbeute. Aber ich bin auf alle Fälle positiv überrascht. Das Coin Pad ist gut gefüllt wieder. Für die kurzen anderthalb Stunden kann man sich echt nicht beschweren. Hi Leute. Ich bin fertig. Ich habe eine schöne kleine Runde gemacht. Hier anderthalb Stunden. Habe in der Zeit wirklich gut was gefunden. Man muss ja auch mal Glück haben. Wie gesagt, es ist nicht immer so einfach wie es aussieht. Bin schon oft auf Feldern rumgelaufen und habe gar nichts gefunden. Also nur Schrott, nichts Schönes gehört auch dazu. Aber man muss weitermachen. Irgendwann zahlt sich das Ganze auch aus. Ein bisschen Recherche betreiben, wo man was finden könnte. Wie früher hier die Einschneisen gewesen sind. Wo Leute lang gelaufen sind. Wo viel Bewegung gewesen ist. Und dann klappt das auch. Ich würde sagen, ich zeige euch mal meine Funde. Und würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Ja, hier wie versprochen. Einmal den ganzen Müll. Für anderthalb Stunden. Reichlich Müll gefunden finde ich. Ist auf alle Fälle schwere Sachen dabei gewesen. Ich bin froh, dass wir die aus dem Boden raus haben. Und hier einmal die schönen Sachen. Über die Glocke freue ich mich echt sehr. Ja, also die Glocke sieht mega aus. Auch wenn die vielleicht nicht so alt ist. Aber wir haben zwei Knöpfe. Und ich würde sagen drei Münzen. Und das große, flache weiß ich nicht. Ob Knopf oder Münze. Muss ich mir mal genau angucken. Aber freut mich. Ja, war eine super Runde. Ihr seht, tolle Sachen. Den Schrott nehmen wir natürlich auch wieder mit. Ich sammle den immer fürs Jahr. Und Ende des Jahres blende ich euch den dann mal ein. Und dann zeige ich euch mal, was da so alles zusammenkommt. Aber auf alle Fälle eine Menge. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst wieder einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal. Wir sind fast bei 300 Abonnenten. Super. Freut mich. Vielen Dank nochmal dafür. Und noch 200 Abonnenten. Und dann gibt's den Rucksack. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.